Schade, teils an Crysis, dass das so extrem linear ist, ups. Aber, na gut. Schau bitte, ich hab noch 41 plus 0 Schuss. Gut. Das sind nur zwei. Die könnten wir packen. Wenn einer von euch nen Tipp hat, wie man die Dinger leichter besiegen kann, immer her damit. Hä, eigentlich geht's ja gar nicht so schwer. Okay, dann rauschen wir hier mal den Berg hinab. Feuer! Ups. Stützt da der Berg ein, oder was? Hm, super. F-Y-Munition. Hallo, ich brauch eine Schrotflinte auch mal zu den... Können wir da die ganze Zeit Schuss hier... ...herschmeißen wie die Blöden, aber dann... ...kein... ...Ding dazu. Was war das? Was zur Hölle? Hilfe, Mama! Maximales Tempo. Hm. Letzte bekannte Position. Ah. Eingefroren sind sie alle. Jetzt wissen wir mal, was mit denen passiert ist. Warum da kein... ...Signal mehr kommt. Oder so. Ich habe ihre Marines gefunden. Sie sind vielleicht Überlebende? Negativ, Sir. Keine Überlebende. Negativ, Sir. Das war das zweite Flinne. Dann können sie ja vielleicht wieder auftauen. Okay, wir müssen sie da rausholen. Warnen Sie sich einen Weg zum Rand der Sphären. Ich lasse Sie da noch anholen. Ja, klar. Fickt euch! Mann. Ich habe doch keinen Schuss mehr. Was? Ich halte Ihnen den Rücken, bei dem Moment. Schicken wir diese hässlichen Brust-Tradition, alle. Schicken wir die, wenn Sie dabei, Junge. Ja, Puffwut. Ja, hallo. Ja. Geil, das ist ja auch ein Paradies. Paradise Island. Lost Paradise trifft es wohl nicht. Jetzt verschießt mit den Ziele. Ja, chill dein Leben. Was soll ich denn machen? super danke so das gar ist einfach viel stärker ist genial was liegt denn da mein Anzug hat eine Fehlfunktion die in Temperatur sinkt wenn ich hier nicht schnell verschwinde erfriere ich ich habe hier eine ihrer Waffe ich nehme sie sich wieder wir sind erst wenn wir sie zusammengefleckt haben super geile Waffe das ist echt eine coole so hauen wir den Zorn in den Nixen wo die ja danke oh mein Gott mit der Waffe bist du voll langsam super so weg mit euch ihr und freunde und freunde hey das ist doch ein scheiß oder echt totaler frustfaktorisch spiel mach dir keine Sorgen um mich wenn ich wenn ich spiel wegen logischer wäre dann ja doch halten du ich habe jetzt wieder überall so ich habe jetzt wieder überall Ja, sauber. Kann ich nichts dafür? Okay. Gut. Nächster Versuch. Oh, die Waffe überhitzt ja auch noch. Muss ich echt sagen, ist mir die SCAR tausendmal Liebe. Schieß. Okay. Da ist noch einer. Was soll ich denn machen? Oh, Mann. Ich bin total. Super. Hopp, explodiert doch. Was zur Hölle. Oh, mein Gott. Muss ich die schneller töten oder wie soll ich denn hier rauskommen? Oh, Mann. Okay, Schuldflinde bringt dann nicht so viel wie gedacht. Oh, Mann. Mein Anzug hat eine Fehlfunktion, die in Temperatur sinkt, wenn ich hier... Erst, wenn wir sie zusammengefleckt haben. Ich gehe in Deckung. Mein Anzug hält nicht mehr in der Luft. Hören Sie durch, Prophet. Ich bringe uns hier raus. Ich versuche, ich brauche eine Wärme fest. Ja, eine Wärmequelle brauchst du. Das hilft mir jetzt halt wenig. Ich muss jetzt jetzt hier erstmal die scheiß Viecher beseitigen. Oh, du liebe Zeit. Und Feuer, Feuer, Feuer. So. Ah, ich muss jetzt echt einfach töten müssen. Kann ich noch Auto fahren? Ah, ne, deswegen eingeflohen wahrscheinlich. Ui. Oh, scheiße. Verdammt, was hieß das denn? Okay, aber hier. Ja, da hast du die Wärmequelle, du Opfer. Und das ist super, jetzt können wir da unter Zeitdrucker noch spielen. Das mag ich ja schon gar nicht. Also ich spiele gern und viel, aber sowas ist nervt. Ja, hallo. Oh, Scheibenkleister. Hopp. Waffe abkühlen und feuern. Schafft. Yeah. Ich bin ja so gut. Was war das? Was war das? Hilfe. Schnell durch.